Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem kleinen Video. Mehrere Bombards haben mich gefragt, ob ich nicht für unsere Fantasy Football League so einen Überblick machen könnte von Zeit zu Zeit. Ich weiß nicht, ob ich das jede Woche mache. Ich denke, die meisten, die interessiert an Football sind, sind halt auch in der League. Und das geht ja dann auch hauptsächlich um die League, auch wenn wir natürlich generell ein bisschen über Football reden. Aber haben mehrere Leute gefragt, Zinte war es, Onkels Fans und ich glaube, es waren noch ein paar Leute, die nicht in der League mit dabei sind, aber die gerne wissen würden, wie es so steht. Und dann dachte ich mir, machen wir mal ein Video zum Test. Wie gesagt, wird nicht viel interessieren, wenn euch Football nicht interessiert und die Fantasy League nicht interessiert. Guckt es euch einfach nicht an. Ich rede hier einfach ein bisschen frei runter. Es ist viel passiert in der League. Wir haben viele aktive Spieler natürlich. Dadurch, dass es eine 32-Mann-League ist, haben wir natürlich sehr große Probleme. Es gibt ja nur 32 Starting-Kicker, Quarterbacks, Running-Backs in der Regel auch nicht viel mehr. Einige Teams wechseln so ein bisschen. Teams natürlich. Das heißt, die Trade-Value ist teilweise sehr holprig und es ist sehr schwer, wirklich jede Position gut zu besetzen, weil es einfach schwer ist. Aufgrund der Anzahl der Spieler, wenn du eine 16-Mann-League hast, dann ist es natürlich alles viel einfacher. Dann werden die schlechten Quarterbacks als Ersatz auf der Bank gehalten und so weiter. Aber hier, wenn sie jetzt zum Beispiel wie am Wochenende Trey Lenz verletzt, dann fehlt halt jemand ein Quarterback. Oder vorher schon mit Doug Prescott. Da musste dann Darden irgendwie den Ersatz von Prescott organisieren mit Cooper Rush und so weiter. Das sind also die Trades, die wir hauptsächlich machen. Aber es gibt auch ein paar aktive Trader. Das bin ich auf der einen Seite, der relativ viele Trades schon gemacht hat. Stylet, Fabulous, Manager ist jetzt auch dick dabei. Und ja, wir gucken einfach mal. Gehen wir erstmal zu den Standings, denke ich. Nach Woche 2. Also ist jetzt zweiter Spieltag gewesen. Und die Standings sind wie folgt. Wir haben jetzt hier noch, ich glaube, neun Leute mit einem 2-0-Standing. Stylet ganz oben. Dann kommt Mace, Fabulous 2-0, Atom 2-0, Trakati 2-0, Yankee 2-0, Genjiro 2-0, Janosch 2-0 und Nomi 2-0. Dann viele 1-1er, da bin ja auch ich dabei, weil ich gegen Stylet verloren habe die Woche. Sehr, sehr schwere Matchups leider. Und auch ein paar Leute mit 0-2 hier unten. Ja, Stupsi knapp verloren die Woche, Mystico, Schmoms ganz knapp verloren, Zyrol, Krygom, Darden, Pacino, Obscura und Twiney hier unten. Gucken wir uns mal kurz die Wochenzusammenpassung an. Die ist ganz interessant. Das machen die hier immer. Best Manager, Ankleys, that's a perfect possible lineup. Ja, also ich hatte halt keinen auf der Bank, dass ich irgendwelche Punkte auf der Bank verloren hätte, weil keiner meiner Bankspiele irgendwas getan hat. Ergur habe ich einfach das richtige Setup aufgestellt, war nicht so schwer. Habe auch nicht so eine starke Bank. Schlechtester Manager ist Abadox. Ja, der hatte leider Nelson Aguilar auf der Bank. Konnte man jetzt nicht unbedingt erwarten, dass Nelson so viele Punkte macht. Hat aber scheiße viele Punkte gemacht die Woche. Hätte wahrscheinlich, in meinem Team wäre er auch aufgestellt worden wahrscheinlich. Sorry, ich mache gerade eine Cock auf. Aber ja, passiert, ne? Hat er halt auf der Bank. Biggest Blower hat, ja, Mandulo hat Twiney zernichtelt hier. Das ist schon 112 Punkte zu 49. Und der knappste Sieg, das hier ist natürlich wirklich super witzig. Schmaps hat verloren gegen Zephyz mit 0,12 Punkten. Sehe ich das richtig? Ja. Ja, 8,89 zu 8 kommen wir zu 89,68. Können wir uns kurz mal angucken. Das war bis zum Schluss super spannend. Und ja, hier ist natürlich eine traurige Niederlage. Sein Killer Carsten hat delivered. Justin Fields hat nichts gemacht. Aber dann hier Punkte im großen Ausmaß von... Ist dein Eckler jetzt überhaupt zum Manager gekommen? Da müssen wir auch gleich mal nachgucken. Egal. Pierce, Perryman, ja, super knapp. Beide nicht so wirklich viele Punkte. Ich zum Beispiel habe gegen Stylet verloren, hätte aber gegen die beiden gewonnen. Ich habe ein sehr schweres Line-Up, die gesamte League über. Nächste Woche gegen Atom, der steht 2-0. Dann gegen Mandulo, der steht 1-1. Aber ja, das heißt nicht viel. Der einer der stärksten Setups. Dann gegen Gimli, das wird ein bisschen einfacher wahrscheinlich. Dann gegen Fabulous, der hat das zweitstärkste Setup der League aktuell bestimmt. Dann gegen Zephyz. Auch nicht so schlecht, wie man hier sieht, ne? Da müssen wir gleich mal gucken, was hier alles noch passiert ist. Was haben wir noch? Highest Scorer, das sind dann so Sachen wie... Ja, Kaschkei hat am meisten gemacht die Woche. Twiney am wenigsten. Das hier sind jetzt relativ unwichtige Sachen, wie welche waren die besten Spieler. Das ist halt einfach, wer waren die besten Spieler der Woche? Ist halt Glück, wenn du die hattest. Lama Jackson hat viel gemacht. Dicks and Twos. Lustig, dass Lama Jackson am meisten hat und nicht Tua, wundert mich gerade. Tua hat bestimmt auch 40 Punkte gemacht. Ein bisschen lustig in der Fantasy League im Vergleich zum Daily Fantasy Football gibt es hier keine extra Punkte. So für 300 Yards beim Quarterback oder 100 Yards für Right Receiver und Running Backs. Dadurch... Ansonsten wäre Tua, glaube ich, ein bisschen höher. Hm? Ne, stimmt gar nicht. Ja. Hat auch... Hätte auch 300 Passing und 100 Rushing Yards gehabt. Hm, keine Ahnung. Lama einfach ein Biest. So. Ja, und dann... Ja, was machen wir jetzt in dem Video, ne? Ich würde sagen, die Haupttrades angucken. Stylet und Manager haben da irgendwie über die letzten Tage gebattelt ohne Ende. Ich muss das ja alles manuell akzepten dann, wenn ein Trade durchgeht. Also ich habe da ein Auge drauf, dass niemand gescampt wird. Natürlich kann man einen guten Trade für sich machen. Aber halt nicht, ich verkaufe, irgendwie vertrade meinen verletzten Spieler für irgendeinen Top-Spieler. Und der andere hat nicht mitbekommen, dass meiner verletzt ist. So war, habe ich ein Auge drauf. Von daher, die Trades sind schon zumindest auf dem Papier erstmal fair. Aber natürlich gibt es bessere und schlechtere, ja. Und was hier passiert ist, ist basically zwischen Manager und Stylet. Die haben halt die ganze Zeit mit Josh Allen rumgetradet. Und das wurde wirklich sehr kompliziert an einem gewissen Punkt. Mittlerweile ist er jetzt bei Manager. Und hier sieht man immer schön die Trade-Historie. Also Stylet hat Josh Allen ursprünglich gepickt. Ich denke, man kann aktuell sagen, Josh Allen vielleicht nicht im Fantasy-Football. Da macht er ein bisschen weniger als jemand wie Hurts, Jackson und vielleicht auch Tua teilweise aktuell. Aber er macht natürlich seine Punkte jede Woche. Wahrscheinlich der stärkste Quarterback der League aktuell. Oder zumindest dem stärksten Team. Die Builds sehen insane aus in den ersten zwei Spielen. Muss man mal gucken, wie sich entwickelt. Und ja, Quarterback-Rankings aktuell sind auch ziemlich nice bei ihm. Also Stylet hat ihn gepickt im Draft. So, und dann kam der Trade am 12. September. Dass er basically Josh Allen, DK Metcalf und Randall Moore, glaube ich, keine Ahnung, wer das ist, weggetradet hat mit Manager für James Winston, Mike Williams und Isaiah McKenzie. Der Trade sah mir für Stylet eigentlich relativ schlecht aus. Weil du hast, also James Winston ist halt nicht auf dem Level von Allen und noch dazu ist er in der Saison noch gar nicht angekommen. Metcalf gegen Williams ist, denke ich, relativ even. Ich denke, Metcalf ist der bessere Wide Receiver, aber im deutlich schlechteren Team jetzt bei den Seahawks, weil die haben halt kein Quarterback mehr. Und Mike Williams, Ken Allen, ein bisschen angeschlagen aktuell. Weil, ähm, ist, würde ich lieber im Team haben als Metcalf aktuell, einfach aufgrund der Teamsituation. Aber eigentlich ist Metcalf halt auch der bessere Wide Receiver als Williams. Ne, also wenn, wenn wir beide ins gleiche Team stellen mit dem gleichen Quarterback, dann ist Metcalf, dann willst du Metcalf haben. Aber so, ne, wenn du Justin Herbert auf dich werfen lässt, äh, oder Gino Smith, dann habe ich doch lieber Mike Williams. Von daher würde ich sagen, hier ein kleines Downgrade, aber natürlich ein riesiges Quarterback-Upgrade. Ja, und dann, äh, Moore und McKenzie machen beide nicht viel, ne. Ähm, die kannst du beide, die sind egal. Also, McKenzie vielleicht ein bisschen höher zu werten als Moore, aber am Ende des Tages wurscht. Von daher fand ich das einen sehr, sehr guten Trade für Manager hier. Ähm, ne, weil du, du hast einen Top-Upgrade auf der Quarterback-Position, ein minimales Downgrade, und die beiden interessieren eigentlich nicht wirklich. Ähm, McKenzie macht vielleicht ein bisschen mehr. Aber sagen wir einfach, zwei minimale Downgrades hier und ein riesiges Upgrade dort. Ähm, guter Trade. So, dann wollte Stylit seinen, äh, Josh Allen aber zurückhaben auf einmal, nach dem Spieltag, nachdem er mich, äh, besiegt hat. Ich weiß auch nicht, warum er jetzt ihn wieder haben will, aber er will ihn wieder haben. So, dann hat, äh, Stylit Josh Allen und, äh, wie heißt der? Tyler Conklin? Ich glaube, ey, whatever, Tight End der Jets. Ähm, zurückgetradet und hat dafür, Mike Williams zurückbekommen. Ähm, ne, warte mal, wie war's jetzt? Ja, also, Josh Allen ging zu Manager. So, jetzt ging Josh Allen wieder zurück zu Stylin, zusammen mit Conklin von Manager. Und Manager hat bekommen, hat seinen Mike Williams zurückbekommen, er hat Trelle bekommen, das ist nicht viel wert, das ist ein Tight End. Ähm, Campbell, die Colts sind, die, sie sind bisher so schwach, Matt Ryan macht gar nichts. Und, ähm, er ist, ähm, er hat bisher, glaube ich, nicht einen Punkt gemacht, ähm, obwohl er in dem letzten Spiel, ich meine, die wurden geblowoutet, haben null Punkte gemacht. Ähm, das war ein absolutes Desaster für die Colts. Aber, ja, er ist einfach nicht so geil. Ähm, freier Mut hingegen würde ich höher werten als Conklin. Ähm, das bedeutet, was hier passiert ist, ist basically, äh, Manager hat am Ende des Tages, äh, Mike Williams und, ähm, freier Mut bekommen, zusammen mit einer Chance, dass Campbell irgendwie eskalieren könnte. Weil er könnte einer der Top-White-Receiver der Colts sein, wenn Matt Ryan endlich zur Form findet. Und hat dafür Allen und Conklin abgegeben. Dadurch, dass Manager an dem Punkt, glaube ich, ein Quarterback zu viel hatte, ne, er hatte noch Garoppolo, war das, denke ich, ein ganz guter Trade. Weil er musste ja irgendwie einen der Quarterbacks loswerden, kriegt dafür einen guten, sehr guten White-Receiver, einen sehr, sehr guten Tight End. Und Tight End, ne, hat auch jedes Team in der Regel maximal einen richtig guten. Und in der League, habe ich am Anfang gesagt, mit 32, äh, Leuten schwer einen guten Tight End zu finden. Von daher, freier Mut, absolut fein, ist ein Top-10 Tight End der Liga, würde ich sagen. Das ist nice, äh, besser als Conklin, für mich zumindest. Mike Williams, nice, Campbell mit ein bisschen Chancen und Trelle, naja, als Notfalls kann man den auch aufstellen, der macht manchmal ein paar Punkte. Ähm, war aber schon ein Even-Trade eher, ähm, kann man aber, denke ich, machen, wenn man bedenkt, dass er einen neuen Quarterback hatte. So, jetzt wollte, stylet den Josh Allen aber doch nicht mehr und hat Josh Allen wieder zum Manager zurückgetradet. Und das war ein schlechter Trade von Manager, denke ich. Ähm, basically hat er jetzt hier, äh, Josh Allen gegen Garoppolo. Das heißt, stylet hat Garoppolo bekommen, äh, Manager hat wieder seinen Josh Allen zurückbekommen. Ähm, dazu haben wir Mike Williams wieder bei stylet. Dafür Duvernay, basically, als Wide Receiver bekommen. Das ist ein deutliches Downgrade. Duvernay, erst mal bist du bei den Ravens als Wide Receiver eh verloren. Und, ähm, ja, äh, ich meine, er hat jetzt einen Kick-Off-Return gemacht gerade, am zweiten Tag. Das zählt auch für die Fantasy League, das ist ganz cool. Da war, glaube ich, sogar noch angeschlagen, ähm, ist schon deutliches Downgrade. Und Henderson, äh, bekommen und dafür Eckler, äh, abgeben ist natürlich auch ein riesiges Problem. Ähm, weil Eckler halt eine Punkte-Maschine im Fantasy-Football ist. Und, äh, Henderson ist ja nicht mal die klare Nummer 1 als Running Back bei den Rams, weil Cam Akers eigentlich die Nummer 1 ist. Das ist jetzt in den ersten zwei Spielen zwar nicht ganz so gewesen. Im ersten Spiel war Henderson, äh, die Nummer 1 auf einmal. Im zweiten Spiel war es relativ ausgeglichen. Aber es ist halt schon ein deutliches Downgrade. Den klaren Nummer 1, äh, Running Back der Chargers wegzugeben. Also generell einfach, ja, basically, kriegt der Allen zurück. Ist ein Upgrade gegenüber Garoppolo, deutlich natürlich. Und, äh, verschlechtert sich dafür deutlich auf Wide Receiver und Running Back. Fand ich jetzt nicht so geil. So, und am Ende des Tages, ja, keine Ahnung, wer wäre das die Scheiße zusammen... Ich hab's im Discord versucht, irgendwie zusammenzuklamausern, und was da jetzt am Ende passiert ist, ganz kompliziert. Also, am Ende des Tages hat Manager irgendwie ein ziemliches, äh, Upgrade von Quarterback und Tight End. Ähm, ein kleines Downgrade auf Wide Receiver, ein deutliches Downgrade auf Running Back. Dafür hat er ein Quarterback mehr abgegeben und gleichzeitig, äh, noch ein bisschen Unfug bekommen. Sehr kompliziert. Wenn Campbell durchbrechen, äh, noch durchbrechen sollte die Season und irgendwie ein stabiler Wide Receiver werden sollte unter Matt Ryan, dann würde ich sagen, ist gut. Gut, ansonsten würde ich sagen, hat am Ende des Tages Stylet wahrscheinlich die ganze Schose hier gewonnen. Aber, keine Ahnung, blickt ja kein Mensch mehr durch, was die da treiben. Die traden einfach. Na, die traden. So, jetzt würde ich aber mal wissen, wie ist denn Eckler zu Zephys gekommen? Das hab ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Warte mal. Eckler ist jetzt bei Zephys? Ne, er ist nicht mehr bei Zephys. Wo ist er denn jetzt? Achso, ne, jetzt ist er bei Stylet natürlich. Aber wie kam er denn von Zephys zu Dings? Das weiß ich auch selbst nicht mehr. Muss ich improvisieren. Ja, jetzt ist Eckler bei Stylet. Wie kam er denn hier hin? Zephys hat ihn getraftet. Dann hat Manager mit Zephys... Ach, herrje. Also, Manager hat Eckler und Wilson bekommen. Und hat dafür Madcalf und Mixon abgegeben. Und dann hat Manager den Eckler wieder an Stylet gegeben. Das ist ja verrückt. Oh Gott, das Ganze ist noch viel komplizierter, als wir dachten. Für Manager. Herr Gott. Ja, aber... Wie sieht denn Managers Team jetzt mittlerweile aus? Was hat er denn noch? Ja gut, er hat natürlich Wilson, der die Nummer 1 ist, jetzt aktuell bei den Dings. Das muss man natürlich einberechnen bei dem Eckler-Trade. Bei dem Eckler-Trade kriegt er natürlich auch Wilson. Er kriegt Eckler und Wilson. Also zwei Starting-Running-Backs. Gibt dafür Joe Mixon und Madcalf auf und Jennings. Der ist, glaube ich, eher egal in der Schose hier. Was hat er denn jetzt? Also, er hat Josh Allen als Quarterback. Nice. Henderson. Okay. Ich meine, in der League, wie gesagt, wo Running-Backs sehr rar sind, sind diese beiden Running-Backs definitiv nicht so schlecht. Dann hat er Duvernay. Geht so. Dann hat er einen guten Tight End. Ned. Campbell. Wie gesagt, hat noch nichts gemacht diese Season. Muss man hoffen, dass Matt Ryan ins Laufen kommt. Duvernay. Bin ich kein Fan von, habe ich ja gesagt. Dann hat er hier zwei. Naja. Das war halt noch einer. Der Wundell Moore. Der hat basically in seinem Leben noch nie was getan. Letzte Season nicht viel gemacht. Die Season bisher verletzt. Dann hat er natürlich den besten Kicker der League und eine sehr gute Defense, würde ich sagen. Ja, ist schon nicht schlecht, wie er am Ende rauskam, wenn wir ehrlich sind. Ist halt die Frage, ob der letzte Trade nötig war, ne? Das ist eigentlich die große Frage, die man sich hier stellen muss. War der letzte Trade nötig, ne? Hätte man nicht hier sagen können, wir hören hier auf und machen den Trade nicht. Weil dann hast du zwar kein Allen, aber dann hast du Garoppolo, Williams und Eckler. Statt Henderson, Duvernay und Allen. Das ist, glaube ich, einfach besser. Ich glaube, der letzte Trade, da ist Manager ein bisschen in Trade-Laune verfallen. Ich glaube da nicht dran. Ich denke, das sind zu viele Ungereimtheiten, ne? Das ist einfach nicht sehr stark. Und noch dazu questionable aktuell. Das ist nicht so stark wie Eckler. Das ist nicht so stark wie Williams. Ja, Allen ist deutlich besser als Garoppolo, aber so what? Garoppolo kann ja auch seine 20 Punkte machen, ne? Würde man nicht dran zweifeln in der Regel. Von daher, ja. Whatever. Ihr seht, es geht viel ab. Wir haben ja auch noch ein paar andere Trades nonstop. Wir können mal kurz gucken. Irgendwo kann man die letzten Trades generell sehen in der League hier. You all. Ach je. Mal gucken, ob hier noch irgendwas Spannendes war. Trades. Ja, das war der Trade von Zephyrs mit Manager hier, nicht wahr? Ja, dann hatten wir hier vorher den Trade mit Trakati und Stylet. Ja, da kam der Duvernay nämlich her. Was hat er da gemacht? Ach so, James Winston. Ja, weil Trakati hatte Trey Lance. Trey Lance hat sich verletzt. Der brauchte einen neuen Quarterback. Dafür hat Stylet Duvernay und Walker bekommen, den er dann wiederum für Allen sozusagen weitergegeben hat. Ne? Haben wir eben gesehen. Muya hat sich McKenzie und White gegönnt. Hat Bellinger dafür verloren. Komisches Ding insgesamt. Aber am Ende des Tages kein wichtiger Trade. Das war wieder das. Hier noch ein spannender Trade heute zwischen Fabio und Cody. Pollard und Phillips bekommen und Fournette abgegeben. Ja, Pollard ist halt so eine Sache. Das klare Nummer 2, Running Back in Dallas. Hinter Sieg. Aber ja, Fournette ist ja auch noch nicht so am glänzen. Meistens in den Playoffs erst gut. Ja, weiß ich nicht. Um ich habe Trade all around. Ich weiß nicht, wer davon profitiert und wer nicht. Kommt auch an, wie viel Pollard macht. Hat jetzt eine gute Woche. Aber weiß man ja nicht, wie das bleibt. Ja, ein relativ langweiliger Trade hier zwischen Fabulous und Nizza. Dann Stupsi mit Fabulous. Auch ein unbedeutender 0815 Trade. Unbedeutend insgesamt. Ja, das war ein ganz guter Trade für mich, weil mein Kicker hat sich verletzt. An dem Punkt war es noch nicht klar, dass Amendola startet als neuer Kicker für Kansas. Aber das war eine Prediction. Ich habe dafür Gast Edwards verloren, der eh noch verletzt ist und generell nichts tut. Da war ich ganz dankbar, dass ich nichts abgeben musste für meinen Ersatzkicker. Ja, jetzt sind wir schon relativ weit weg. Jetzt sind wir schon beim 13. September. Das ist jetzt eine Woche zurück. Hier gibt es noch ein paar Defense Trades. Colts gegen Bucks. Und dafür gibt es ein bisschen was obendrauf. Whatever. Ja, und so steht es aktuell. Wir haben definitiv einige Teams, die deutlich stärker sind. Das ist natürlich in der League auch ein bisschen Glück, gegen wen man spielt. Ich habe zum Beispiel ein sehr hartes Line-Up overall über die nächsten Wochen. Währenddessen, wenn man hier zum Beispiel guckt, Nomi hat insgesamt erst 179 Punkte gemacht. Ich 233, ich D1-1, er steht 2-0. Das ist halt auch ein bisschen Glück dabei, gegen welche Gegner man kommt. Und wie viel die Gegner halt machen. Meine Gegner haben halt 204 Punkte gemacht. Keiner von denen, die 2-0 gespielt haben bisher, hatte irgendwelche Gegner zusammen, die 204 Punkte gemacht haben. Also ich habe da einfach auch einen schweren Start. Ich habe mein Team natürlich danach getraftet. Oder was heißt natürlich. Aber mein Team ist generell. Mayfield underperformt aktuell ein bisschen. Connor war jetzt verletzt. Hat viele Punkte gekostet die Woche. Hoffen, dass er wieder fit wird, als er sich im Spiel verletzt. Gibson, McLaurin. Bisschen unglücklich. McLaurin, irgendwie haben die Commanders jetzt mit Wenz sogar einen ganz brauchbaren Quarterback, der da aktuell funktioniert. Aber irgendwie werfen die nur auf Dotson und auf Curtis Samuel. Dibu ist natürlich nice. Waller ist nice, macht einen guten Job. Ob Heinz macht einen guten Job bisher, Amendola. Bisschen also der Ersatz mit Batka machen beide einen guten Job. Kicker von Kansas kann man sich nicht beschweren. Gute Defense. Auch wenn die gegen Baltimore komplett unter die Räder kamen jetzt. Und jetzt dürfen sie gegen Buffalo spielen, das ist natürlich auch ein Problem. Ja, und auf der Ersatzbank ist da nicht mehr viel Wertvolles. Aber ja, ist halt generell ein Team, was keine absoluten Top, Top, Topstars hat. Außer Dibu und Waller wahrscheinlich und McLaurin so ein bisschen. Aber es sind nicht die absoluten Top, Top, Top Leute. Nichts Vergleichbares mit einem, was weiß ich, einem Cooper Cup oder so. Aber die machen halt in der Regel, sind das alles Leute, die spielen und viel spielen und alle ihre Punkte machen. Das hat die ersten zwei Wochen auch geklappt. Die Woche war es halt, die zweite war es einfach ein bisschen schlechter. Mayfield hat super wenig gemacht. Connor musste verletzt raus zur Hälfte. Hätte insgesamt nur über zehn Punkte gemacht. Hätte nichts geändert am Ende des Tages, weil der Ersatz Running Back, Williams, glaube ich war es, hat noch einen Touchdown gemacht. Das wären natürlich alles Connors Bälle gewesen. Ja, Gibson, McLaurin war auch nicht so geil, weil whatever. Dibu war nicht so wirklich geil. Waller war super. Copp war das, was man erwartet von Copp. Und Heinz hat auch ein bisschen unterperformt, weil die Colts halt 0,24 gegen Jackson Hole untergegangen sind. Insgesamt. Und natürlich die Dolphins mit minus vier Punkten war natürlich auch nicht so geil. Hätte ich keine Defense aufgestellt, wäre es besser gelaufen. Aber das wird nicht so oft passieren. Die Dolphins Defense ist eigentlich nicht so schwach. Die Ravens haben sie einfach überrannt, würde man sagen, auch wenn sie am Ende gewonnen haben. Aber das war natürlich ein Defense-Desaster von beiden Teams. Nur, dass hier halt nicht mal Sacks oder Interceptions oder sonst was dazu kam. Ja, war einfach schlecht. Ja, und das war es eigentlich auch mit dieser Woche. Ich hoffe, ich habe euch diesen Überblick so ungefähr gegeben, den ihr haben wolltet, die Leute, die gefragt haben. Und ja, könnt ihr ja mal Feedback da lassen, ob ich irgendwie über was anderes reden soll oder was ich erzählen soll. Cyrule zum Beispiel, sehr viel Pech, 277 seine Leute gegen ihn. Das ist natürlich crazy. Da ist auch ein kleiner Kackhaufen daneben. Ich glaube, Cyrule soll in den Toilet Bowl hier. Ich merke das schon. Komisch, komisch. Ja, ich bin erstmal raus. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen, den Leuten, die das wissen wollten. Kleiner Überblick über die League. Wisst ihr Bescheid, wie es aktuell aussieht. Können wir gerne machen, so Videos, wenn Top-Trades irgendwie passiert sind und dass wir das ein bisschen auseinandernehmen. Wem es hilft, müsst ihr mir sagen. Ich bin raus, habt einen schönen, bis zum nächsten Mal. Wem es halt? Vielen Dank.